ok das ist ein zentrums anderen sprechen wie hier koko findet großen schatz großer beutel damit koko holt großen schatz großer beutel aus tierhaut aha kann ich das jetzt machen das ist jetzt natürlich hier eine frage sie kann ich mal mit nichts verbinden muss ich gucken ich gehe mal warte wie war das so das ist das doch noch feuer stellen jawohl meint den stück von denen haben wir noch welche und braucht glaube ich auch stimmt doch welche da waren mit denen ja die dings verbessern kann so einfach mal ist hier niedermetzeln das ganze gestrick hier ja wir wollen die insel ja sauber halten auch ein sauberer insel nur eine sauberer insel ist eine gute insel da die 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 sondern ja b den holzschub eigentlich nicht mehr ledergurt achar Prozent lang ist die Klinik selbst mit dem Prozent immer einschlagen sowas haben hier große Gabel plötzlich haben wir sind voll an Prozent was schmeiß ich denn weg wo kommt es hier ist ich einfach das bringt glaube ich durch den Essen dabei passt aus gabel nehmen ein kurzes stück ein daß gabel als solches nutzt das ist traurig das kann man vielleicht so ein pflanze eventuell ist voll ich glaube ich mache einfach den pilz das kann stehen das ist mir zu blöd weil dann habe ich nur eins davon das mal fallen pflanze nehmen mal auf dann mache ich pflanze und dem stopp haben wir wieder so ein verband dann nehme ich den holzstock auf und dann kann ich finde ich das ja das hier kann ich zusammen mit feuer stellen ach so dass hier dann fallen lassen ich weiß nicht der pilz ist irgendwie naja nicht sinnvoll außergewöhnliche rote pflanze okay so was haben wir noch stock alles klar gehen wir wieder auf unseren bogen wenn es mir so eine gewalt ja eigentlich doch da kommen wir rüber und da kann man ja soweit ich weiß dass ich mich erinnern kann ihre inneren sehe ich hier so runterspringen ja so war der nett hier an der kenne wo er sitzt mittlerweile an einem feuer sprechen und du bist es ich hatte dich eigentlich schon für tot gehalten hast du raum gefunden es ist hier so verdammt kalt und ich habe solchen hunger ich würde dich essen okay ganz richtig das auf was gibt es außer dass du mich retten kommst hast du mir was zu essen gebracht was du willst dann das hat für das gut der ist meine lebensversicherung keine chance warte halt ich habe es mir anders überlegt du kannst ich habe das gut ist sowieso ein frank bringen wir was zu essen aber keine wurzeln habe so einen scheiß ich will fleisch frisches fleisch stehst du das ist jetzt ein scherz oder jetzt muss ich dem entschuldigung dass mein telefon wahrscheinlich gleich wieder klingelt ja das ist auch immer dann passiert wenn ich gerade in der aufnahme bin das ist ja schrecklich ist das blabber plan die trittfeuer hatte reichweite ist eigentlich verbunden aber mittlere reichweite aber schaden steht da gar nichts würde hätten mich mal interessiert wir haben natürlich zwei gekochtes fleisch bringt dem natürlich nichts ein er will nochmals vielleicht da ich hier wieder was fallen lassen so immer diese heil pflanzen das ja lasst mir wieder eine halbwärts doch passt immer so sind denn die ganzen anderen pfeilen hier ist kein fall 98 fehlen immer noch welche oh mein gott es fehlen pfeile grausam grausam hier irgendwas drinnen hier hätten wir noch ein und der andere ist bestimmt dann hier so noch ein fall ist noch ein fall fällt schon wieder ein fall suche nach den pfeilen würde ich mal sagen aha hingeschossen geschissen wollte ich gerade sagen da liegen wir jetzt irgendwo hier haben wir noch einen vierter einer also das bestimmte eine die mitte hier geschossen haben das tier zu links ein fall ist weg ja ich sehe kann ich haben level ab sich mal gerade einfach so aha so was haben wir hier mal erhöht den schaden der gegner durch straffen brandgranaten zugefügt würde eigentlich nicht so sinnvoll schneller und erhöht nachladegeschwindigkeit bei allen waffen fertigkeit springt pfeile herzustellen auch nicht allzu schlecht ich könnte aber auch was dann das hier letzte jäger position neben der tiere willkast von 40 metern kommen dann gehen wir hier auf die armbrust und ich denke eine armbrust macht einfach schaden mit 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 in gott fragt sich nur was man zurzeit nicht brauchen das ist natürlich das problem sie kommen auch nur trinken kommt dass ich das hier fallen ja ich habe zwar gehört dass verwendete tiere gut von hinterlassen sollen aber ja es manchmal schwer bei dem ganzen zum genutze noch gut von tieren zu identifizieren zu können sowohl sind mal denn jetzt hier sind ja wenn lauf ich dann ich schlaufe hinten sollen die schüttelte ich hier gerade einfach mal ein schluck ich habe hier irgendwelche blutspunnen aufgebunden war klar dass ich dann natürlich die bogen werden draußen draußen ich gehe einfach mal von aus dass jetzt so bevor der mich komplett ärgern kommt Prozent es ist wirklich reichlich ich liebe diese ich liebe fein und bogen ja so 99 jawohl passt und stück tja wo ist jetzt was natürlich wurde dieser hirsch hingelaufen ist es wird auch gleich nacht sehr toll dann ziehe ich mich nämlich an ein feuer zurück ja gerade um das oder warte ist dann den nächsten raum der ist da oben ja ich gerade da kann ich nur rüber rennen sollte gehen ja irgendwo hier habe ich jetzt wieder weil ins nichts geschossen hat das hier ein glück gab so 890 jetzt schon wieder ein verfolgen boom hallo da war es doch ja und dann schlafen wir mal ein bischöhn zum Beispiel noch schön hier draußen